Ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspieler Wentworth Miller mitbekommen und genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag, nämlich der Sache, wie kann ich authentisch sein und noch erfolgreicher. Nämlich, indem ich das, was ich denke, auch sage und das, was ich sage, auch tue. Dieser Dreischritt ist ganz wichtig, um erfolgreich zu sein und nicht nur das, es kommen noch einige Punkte dazu. Was diese sind und wie sie dir helfen, noch authentischer, noch ehrlicher und noch zielbewusster zu sein. All das und noch viel mehr findest du heute in meinem Blogbeitrag unter www.normen-graether.com Viel Spaß beim reinlesen und erfolgreich sein.